Nun kommen wir zu den Teiltechniken in der Bauchlage. Dein Empfänger liegt bequem auf dem Bauch und du beginnst mit der Akkupressur Fuß auf Fuß. Du stehst stabil, nimmst von hier aus den Fuß über das Knie, liftest das Knie, kommst in eine Shake-Bewegung zur Lockerung und dann in den Waden-Stretch. Du lehnst dich mit deinem Unterarm in den Fuß, flext somit den Fuß, die Hände sind auf der Ferse, du löst mit dem Einatmen und kommst in die Dehnung mit dem Ausatmen und lehnst dich nach vorne. Bringst deine Hände innen und außen an den Fuß für eine Rocking-Technik in eine ziemlich dynamische, schnelle Technik, lockerst du den Fuß. Untertitelung des ZDF, 2020